Absolut letzter Song für den heutigen Abend. Ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Kommt gut nach Hause und wünscht euch ein schönes Wochenende. Und hoffe, ihr hattet Spaß in diesem tollen Abend hier. Und dass das Geld auch wirklich wert war. Und ja, kommt noch mal auf die Bühne. Und bei den Wort. Komm mal, kommen wir ab hier. Alles klar. Wir haben noch mehr ganz grüßes Dankeschön an mich zu. Vielen Dank, dass die Jungs alle wieder versammelt haben. Toller Resetion. Toller Resetion, muss ich sagen. Und ich habe heute auch volle neue Musiker Kinder. Ja, deswegen noch mal ganz, ganz großen Applaus für unseren Macht auf Desaster. Thomas Krieger! Und natürlich auch noch mal meine Moderation für heute Abend. Lukas Lehner! Das war auch für uns ganz neu mal so zu sagen, mal den Abend durchzuführen. Dankeschön. Ja, was brauchen wir nochmal den Morgen Nikolai? Morgen! 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 Was? Er ist etwas schüchtern. Nein! So, großes Finale. Jetzt sagt die Spanien, lass uns das mal kommen. Komm her ab. Let's party! Bo Auch schon. Mach es bitte! Bo Was? Уж бы развеял то тоски Дорогой длинной Дочкой луною Господь слитой Девушки, трек луною Достаткиsi Девушки Жестки Должxico Должpaced Ревелいて Das war's, das war's. Drogen, drennig, drennig, Er hvis wir kommen, schluss doch mal ein Pläne Viel grad, Du hast uns dabei, nach der Schöne, nach dem sie ins Brunnen, bei die Hoche Brunnen, bei der Schöne, 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 bei der Schöne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.